Es braut sich etwas hinter den Kulissen des globalen Finanzsystems zu sammeln. Große Veränderungen stehen bevor, die die Dominanz des US-Dollars infrage stellen werden. Länder fliehen vom US-Dollar und diese Länder, die sich dazu entschlossen haben, sich vom Dollar zu lösen, haben einen wichtigen Verbündeten, der diesen Übergang umso einfacher machen wird. Und dieser Verbündete ist Bitcoin und in diesem Video erkläre ich dir genau, was es damit auf sich hat, was los ist und wer die Länder sind. Alle Details dazu im Video. Wir können sehen, wie die Dominanz des US-Dollars in den letzten Jahren immer weiter und weiter abgenommen hat. Im Grunde genommen ist das Ganze ein komplexes Thema, das sich um ein bestimmtes schwarzes Gold namens Öl dreht. Und der Schutz der US-Dollar-Hegemonie ist ein Produkt der Allianzen, die die USA auf der ganzen Welt geschaffen haben, wie beispielsweise wirtschaftliche Allianzen, wie die Gruppe der 7, also die G7, und Schutz durch Gewalt durch militärische Gruppen wie die NATO beispielsweise. Und jetzt kommt eine neue Gruppe ins Spiel, deren Ziel es ist, die USA und deren Währung den US-Dollar herauszufordern. Und das ist die BRICS-Allianz, eine strategische Gruppe führender Schwellenländer, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Auch wenn einige sagen, dass das Projekt scheitern wird, weil China beispielsweise die größte Nation in den BRICS-Nationen ist, und auch der Euro, der als er eingeführt worden ist, es auch nicht geschafft hat, den Dollar als Weltreserve-Währung abzulösen. Daher gehen viele davon aus, dass das BRICS-Projekt scheitern wird. Und hier können wir sehen, wie im letzten Monat zum ersten Mal die BRICS-Länder die G7 beim Bruttoinlandsprodukt auf der Grundlage von Kaufkraftparitäten überholt haben. Und die Kaufkraftparität im Englischen heißt PPP und zeigt im Grunde genommen Wechselkurse, die die Kaufkraft verschiedener Währungen angleichen, indem sie Preisunterschiede zwischen den Ländern ausgleichen beziehungsweise eliminieren. Und dies ist eine Messung des Preises bestimmter Güter in verschiedenen Ländern und wird verwendet, um die absolute Kaufkraft der Währungen der Länder zu vergleichen, beziehungsweise vergleichen zu können. Und die Daten des Internationalen Währungsfonds zum Bruttoinlandsprodukt auf der Grundlage von Kaufkraftparitäten seit 1982 zeigen einen stetigen Rückgang des Anteils der G7 am globalen Bruttoinlandsprodukt und ebenso einen stetigen Anstieg der Beiträge der BRICS-Nationen. Wobei die BRICS jetzt die G7 übertreffen und die Aussichten für die Zukunft zeigen, dass die G7 noch weiter zurückfallen werden, während die BRICS-Nationen weiter wachsen werden. Und BRICS wächst nicht nur gegenüber den G7, sondern auch in der Anzahl der Länder, die sich entschieden haben, beziehungsweise entscheiden, der Allianz beizutreten. Und der Begriff BRICS wurde zum ersten Mal 2001 von Goldman Sachs geprägt, genauer genommen von dem Goldman Sachs Ökonomen Jim O'Neill in seinem Bericht Building Better Global Economic BRICS geprägt. Und dann kam im Dezember 2010 zusätzlich noch Südafrika dazu und daraus wurde dann aus BRICS, wurde dann BRICS. Und kurz vor ihrem jährlichen Gipfel in 2022, im Juni 2022, wurde berichtet, dass 19 neue Länder an einer Mitgliedschaft in BRICS, an den BRICS-Nationen interessiert sind. Und ein Bloomberg-Artikel besagt sogar, Saudi-Arabien und der Iran gehören zu den Ländern, die offiziell um Aufnahme gebeten haben. Weitere Länder, die Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet haben, sind beispielsweise Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien, Ägypten, Bahrain und Indonesien, sowie zwei Nationen aus Ostafrika und eine aus Westafrika, die jedoch noch nicht identifiziert wurden, bis jetzt jedenfalls noch nicht. Und vor einigen Wochen wurde auch bekannt gegeben, dass die BRICS an der Schaffung einer eigenen Währung arbeiten und der Artikel dazu besagt, nach Berichten, die den russischen Beamten Alexander Babakov zitierten, arbeiten die BRICS-Nationen an der Schaffung eines neuen Mediums für Zahlungen auf der Grundlage einer Strategie, die weder den Dollar noch den Euro verteidigt. Das heißt, sie bewegen sich schnell vom Dollar weg. Was wird aber diese neue Währung sein? Wird das eine digitale Zentralbank-Währung CBDC sein? Meiner Meinung nach könnte das sehr wahrscheinlich sein, aber wodurch wird diese CBDC dann gedeckt sein? Lass uns dazu nochmal anschauen, was Babakov dazu gesagt hatte, dass der US-Dollar den gemeinsamen Zielen beider Länder nicht zugute kommt und daher betonte er, dass die Abhängigkeit vom Dollar den USA im Großen und Ganzen einen unfairen Vorteil verschafft und der russische Beamte fügte hinzu, dass die vorgeschlagene Währung durch Gold oder andere seltene Erden- oder Erdelemente gedeckt sein wird. Das ist im Grunde genommen, was den USA und uns gesagt wird. Doch was ist, wenn ich dir sagen würde, dass das vielleicht ein Plan ist, um uns abzulenken? Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass es am Ende vielleicht Bitcoin sein könnte, das hinter dieser Währung dann hinterlegt ist? Und dazu müssen wir uns mehrere Dinge anschauen. Der Plan der BRICS, eine eigene Währung einzuführen, besteht schon seit längerer Zeit. Dazu hatte ich bereits vor einigen Monaten ein Video veröffentlicht. Wir konnten zusätzlich in den letzten Jahren sehen, wie Länder Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in Erwägung gezogen haben oder das bereits eingeführt hatten, wie beispielsweise El Salvador oder Bitcoin selbst minen wie Bhutan, die bekannterweise Bitcoin, seitdem der Bitcoin-Preis bei 5000 Dollar pro Bitcoin lag, angefangen haben, Bitcoin zu minen. Auch hatte ich 2021 ein Video darüber gemacht, als China das Bitcoin-Mining verboten hatte und alle glaubten, dass China Bitcoin für immer verbieten würde und die Vermutung war, dass sie nur ihre Hardware austauschen würden und diese für neue Technik ersetzen wollten. Das heißt, China hat offiziell bekannt gegeben, also ins Narrativ mit reingespielt der USA, dass Bitcoin schlecht ist und sie haben gesagt, dass sie Bitcoin verbieten werden und haben heimlich die Technik ausgetauscht, um so mehr Bitcoin minen zu können. Und wir konnten sehen, dass zu diesem Zeitpunkt die Märkte eingebrochen sind und wir konnten ebenfalls auf den Bildern sehen, dass China all der Technik losgeworden ist. Es war im Grunde genommen eine Täuschung. Zunächst ist die Hashrate des Bitcoin-Minings in China auf 0 gefallen, das konnten wir sehen und die USA waren die Nummer 1 beim Bitcoin-Mining und jetzt durch das Cambridge Center for Alternative Finance konnten wir sehen, weil sie das Bitcoin-Mining weltweit verfolgen. Wir konnten in dem letzten Bericht feststellen, dass China nun wieder auf Platz 2 hinter den USA beim Bitcoin-Mining lag. China hat das Bitcoin-Mining nie verboten und wird es sehr wahrscheinlich auch niemals tun. China muss die Vereinigten Staaten von Amerika im Glauben lassen, dass sie Bitcoin im Grunde genommen nicht mögen. Denn wenn die USA das Gefühl haben würden, dass China und Bitcoin gegen den US-Dollar arbeiten, dann würde die USA Maßnahmen bzw. Wege finden, wie sie Bitcoin einfach verbieten können bzw. wie sie den Menschen daran hindern können, Bitcoin zu kaufen. Sie würden im Grunde genommen Wege suchen, Bitcoin als illegal zu deklarieren. Denkt daran, sie wollen das Ende der Dollar-Hegemonie unbedingt verhindern. Das gleiche gilt natürlich auch für Russland. Im Juni letzten Jahres, also in 2022, wurde berichtet, dass Russland Kryptozahlungen verboten hatte. Nun wurde letzte Woche berichtet, dass Russland nun plant, Krypto zu minen, um grenzüberschreitende Geschäfte abzuwickeln, da sie von den traditionellen Zahlungswegen wie beispielsweise SWIFT ausgeschlossen sind. Ein aktueller Coindesk-Artikel besagt sogar, dass Russland plant, Krypto-Mining für grenzüberschreitende Geschäfte zu nutzen. Denn internationale Sanktionen wurden gegen das Land verhängt, um es im Grunde genommen von der US-Dollar-basierten globalen Zahlungsinfrastruktur auszuschließen. Und die Bank von Russland arbeitet nun an einem Gesetzesentwurf, der ein experimentelles Rechtsregime für Kryptowährungen einführen wird, die laut der Leiterin der Regulierungsbehörde ausschließlich für Export- und Importgeschäfte verwendet werden soll. Kryptohandel und Zahlungen bleiben weiterhin innerhalb Russlands verboten. Und Cointelegraph berichtete Anfang 2023 sogar, dass die russische Regierung eine Krypto-Mining-Anlage im Land subventionierte. Und dann im Laufe des Jahres, basierend auf vorläufigen Mining-Daten, wird von russischen Medien berichtet, dass Russland die zweitgrößte Mining-Nation für Kryptowährungen auf der Welt ist und nun China überholt hat und nur knapp hinter den Vereinigten Staaten von Amerika nun liegt. Sie verstaatlichen also das Krypto-Mining und wollen Krypto-Mining für grenzüberschreitende Geschäfte nutzen. Und etwas ähnliches können wir gerade in China sehen. Was passiert hier gerade, beziehungsweise was wird hier hinter den Kulissen gerade abgespielt? Ist die Bekanntgabe, dass die neue BRICS-Währung mit Gold und seltenen Erden oder anderen Ressourcen hinterlegt werden soll, nur eine Finte, um die USA und ihre Vasallen abzulenken, vom eigentlichen Ziel der BRICS-Nationen abzulenken? Und was ist mit den anderen BRICS-Ländern? Zum Beispiel wie Brasilien und Südafrika. Seit Ende 2022 wird Bitcoin in Brasilien als Zahlungsmittel und Investment eingestuft und Anfang 2023 unterzeichnete der brasilianische Präsident Kryptoregulierungen in Gesetzesform und brachte das Land näher an eine breite Akzeptanz von digitalen Währungen, indem er den Grundstein für die Verwendung der Vermögenswerte als Zahlungsmittel legte und verschiedene Krypto-Assets, beziehungsweise Krypto-Vermögenswerte klassifizierte. Und Bloomberg sagte, die Gesetzgebung würde ein günstiges Umfeld für eine regelmäßigere Nutzung von Krypto schaffen. Er sagte sogar, mit Regulierung wird Kryptowährung noch populärer werden. Sobald diese Regulierung genehmigt ist, wird Bitcoin zunehmend im Supermarkt, im Handel, im Autohaus eingesetzt. Und wie sieht es mit Südafrika aus? Genau wie Brasilien erkennt das Land den Wert von digitalen Vermögenswerten und bewegt sich schnell, um sie im Land zu regulieren, damit die Branche wachsen und gedeihen kann. Und was ist mit den Ländern, die kurz davor stehen, den BRICS-Nationen beizutreten? Wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder beispielsweise auch Argentinien. Nun, wie wir alle wissen, positionieren sich die Vereinigten Arabischen Emirate als sehr kryptofreundlich. Sie positionieren sich als globaler Kryptohub. Viele Menschen und Unternehmen ziehen in die Vereinigten Arabischen Emirate wegen ihrer Haltung gegenüber Krypto. Und in Argentinien erlaubte beispielsweise die argentinische Provinz Mendoza ihren Bürgern, ihre Steuern in Krypto-Asset-Stablecoins wie beispielsweise Tether oder DAI zu zahlen. Und vor kurzem genehmigte Argentiniens nationale Wertpapierkommission Bitcoin Futures. Spannend ist, dass wir in Argentinien auf der einen Seite die Entwicklung in Richtung Bitcoin und Krypto sehen, wie beispielsweise bei den Steuern, die sie auf Krypto erheben. Und auf der anderen Seite gibt es diese enorme Inflation. Und nun will der internationale Währungsfonds Argentinien Geld geben und hat einen Rettungsplan gewährt, wenn das Land eine Anti-Krypto-Haltung einnimmt. Argentinien soll einen Rettungsplan in Höhe von 45 Milliarden US-Dollar erhalten, vom internationalen Währungsfonds erhalten. Und noch vor wenigen Tagen betonte Präsident Lula erneut die Notwendigkeit für die BRICS-Länder, sich vom Dollar zu lösen und eine eigene neue Währung zu schaffen. Er sagte, warum können wir nicht Handel auf der Grundlage unserer eigenen Währung betreiben? Wer hat entschieden, dass der Dollar die Währung nach dem Verschwinden des Goldstandards sein wird oder war? Die Frage ist also, kommt in diesen Ländern der Bitcoin-Standard, um die Dollar-Hegemonie zu beenden? Das wäre definitiv ein gangbarer Weg, insbesondere aufgrund der Adoption von Bitcoin, die wir weltweit sehen können, wie beispielsweise in verschiedenen Ländern. Wir können sehen, dass die Bitcoin-Mining-Hash-Rate immer weiter und weiter steigt. Dass Russland beispielsweise bekannt gegeben hat, dass sie grenzüberschreitende Zahlungen mittels Kryptowährungen abwickeln wollen. Was denkst du? Wird die neue BRICS-Währung wie angekündigt auf Gold und anderen Rohstoffen basieren? Oder sehen wir hier einen Bitcoin-Standard auf uns zukommen? Abonniere und folge mir auf Twitter. Bis dann!